So, da bin ich schon wieder zurück und ihr seht, ich habe jetzt schon einen Schnabelschläger bekommen. Ich habe das extra eben nicht bei der Aufgabe mit eingebaut in die legendäre Aufgabe, weil ich nicht wusste, muss man erst alle Eier einsammeln oder eben reicht es, wenn man wirklich nur die 10 Eier eingesammelt hat. Und wie ihr seht, ich habe es halt jetzt schon bekommen. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ist zwar jetzt nicht so ganz legal, was ich gemacht habe, aber 10 Eier habe ich gesammelt. Ich war nur gerade nebenbei was anderes am Machen und bin einfach Gruppenkeile gegangen. Gruppenkeile auffüllen, spielen, lasst die Leute die Eier sammeln. Ganz ehrlich, warum nicht? Ich zeige es euch mal gerade, wie ich das Ganze mache. Also, ich brauche jetzt nicht da reingehen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr geht in Gruppenkeile, geht auf auffüllen, lasst die anderen die Eier suchen. Ist zwar nicht so die feinenglische Art, wenn ihr natürlich noch weitere Aufgaben macht, ist es natürlich gut. Aber die anderen sammeln halt die Eier auch und so müsst ihr die in Anführungszeichen noch nicht mal selber sammeln. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen, weil wie ihr seht, 10 Eier, jetzt brauche ich 10 von 20. Das wird halt alles so wieder in Anführungszeichen ein Selbstläufer. Genauso wie mit dem Schadensbogen, dem Schadens, ne, den Bogenschaden von letzter Woche, die legendäre Aufgabe. Also, wenn 4 Spieler ist, ohne Quatsch, geht einfach Gruppenkeile auffüllen. Stellt einfach den Sparschat stumm, wenn ihr keine Haare hören wollt. Und dann schafft ihr es auch ganz einfach und müsst euch nicht alleine abquellen. Und nochmal, wem ich damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist und du zu den 80% gehörst, die mein Video schon gesehen haben, aber noch nicht kein Abo da gelassen habt, lasst doch bitte ein Abo da. Danke, 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 danke. So, jetzt will ich euch aber nicht weiter aufhalten. In dem Sinne, wir gehen jetzt an die weiteren Aufgaben. Ihr seht, 2 habe ich noch, die läuft nebenher. Und die werde ich euch natürlich auch beraten, wie ich die am besten mache. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.